Ein Gegner wurde getötet. Sorry, wollte ich mir nicht holen. 3 ist es. Sorry. Sorry, wollte ich mir nicht holen. Ja, passt schon. Ich muss jetzt aber hier zurück. Okay, ja, ich muss auch weg, weil sonst kommt Mordecaiser und hat uns hier einen auf die Schnauze. Ja, Mordecaiser und Schindermann pushen top. Na gut. Also was heißt gut? Ja, was heißt gut aber. Die haben schon 3 Tower down. Fuck. Sieg um jeden Preis. Ich vermute sie wollen die Mitte jetzt als nächstes holen. Also Mordecaiser zumindest. Ähm, soll ich jetzt Mitte bleiben oder soll ich mit meiner Schwester Ash wieder auf die Board? Du kannst mit Ash gehen. Wir könnten eigentlich auch mal Drake machen, aber vielleicht machen die auch gerade Draynger. Alex sind wir nachher in den Ward über, hast du vielleicht bei Blue Warden. Damit Nico einigermaßen farmen kann. Und? Ich warde gleich in den Blue. Okay. Nee, noch nicht Drake. Wollen wir Drake machen? Ich würde ihn gerne machen. Ich komme. Okay, ich warde mal. Ähm, ich kann leider noch nicht so krass tanken. Okay, dann los. Okay, ich gehe mal kurz weg. Sehr schön. Okay. Die sind im Gebüsch dort, ne? Ja, also sie wissen, dass es der Drake gemacht hat. Ähm, wäre schön, wenn ich die Last haben könnte. Ja, ich habe nur die Tower geholt. Keine Angst. Äh, Mitte. Äh, soll ich mit kommen? Jo, am besten. Weil eben da kommt Schindermeer auch mit. Oh, schade. Ja, aber sonst verlieren wir den Taurion auch noch. Ja, aber du kannst ihn alleine halten, denke ich. Ja, denkst du das? Okay, krass. Dann halte ich ihn mal alleine. Wenn sie mich diven wollen, habe ich die Ulti parat. Hehe. Und dann sind sie für zwei Sekunden, beziehungsweise für eine Sekunde betäubt. Shit. Ähm, Leute? Egal. Dann haben wir halt Schündermennig. Wuss zur Hölle! Oh, ich weiß schon warum Ash und Sejuane sie nicht mögen. Shit, hier ist ein Schündermär. Ich war auch grad dumm. Der will mich vermutlich diven. Äh, wir verlieren den Bot Tower. Schündermär ist hier. Also ich kann hier nicht zum Bot Tower vor, weil sonst werde ich von Schündermär gekillt. Ja, Bot Tower ist eh weg. Da ist Jarvan. Und die Leute von der Bot, die rennen wahrscheinlich auch gleich noch da rum. Oh ne. Ja, dann Teamfight in dem Fall. Ich hab zwar grad keine Ulti. Da ist... Komm schnell! Ja, ein bisschen Hilfe wäre hilf... Okay, wir sind tot. Abstand von Trindermär halten. Schön. Nice, Vega. Sehr gut. Und dann holen wir uns noch die Ash. Sehr schön, das war ein sehr schöner Teamfighter. Ich hab 6 Assists. Sollen wir uns gleich mal barren holen? Und? Nein, oder? Äh, wer geht zu Bot und holt sich die Minions? Äh, ich geh. Äh, mit Tower. Mit Tower. Doch mit Tower. Unser... Unser Bluboff wäre ab. Unser Bluboff wäre ab. Geht ihr einfach. Unser Bluboff wäre ab? Ja. Das war sehr schön, das war jetzt sehr schön. Ich hab übrigens auch 6 Assists. Es ist mir leid, Masse, meine Ulti waren noch nicht ab. Ist egal. Ist erst das erste Mal, dass ich gestorben bin. Ich hab 6 Assists vor sich Morde, Kaiser SS. Ja, der soll bloß kommen. Nee, die sind alle wieder da. Boah, der merkt, dass er nichts machen kann. Hast du irgendetwas Javan? Ich werde über Freljord herrschen. Okay, lasst mal zurück und ich hätte gerne Blüten. Ja. Leute, ich hab grad auch wieder im... So will den... Die sind grad bei deren Fluch. Bzw. sie kommen runter. Ich komm mal in der Mitte. Da können die gerne hingehen. Ja. Äh, kann ich mir die Geiste holen? Ja, ich hol sie einfach. Ja, hol sie. Weil... Sonst holt sich Morde die. Das kann ich mit für Nichtiges Edge holen. Okay, die sind bot. Ich habe mein Ulti Gear 2 bereit. Wo sind sie lang? Ich warte hier mal irgendwie... Okay, Trindermeer push top. Die pushen alle Lanes. Okay, bot, 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 bot. Ja, oder wir fokussen Trindermeer. Ja, der ist noch nicht so am Tower wie hier. Der ist... der steht gleich direkt unter dem Tower. Der hat nämlich keinen... So, Ash ist bei den... Ah, nee, Morde Geiser. Morde Geiser. Also ich wäre... Wie sieht's aus? Können wir Damage machen hier unten? Nein, ich nicht. Trindermeer fehlt. Na, Achtung, Morde kommt auch noch runter. Okay. Jock hat da keine Minions. Ähm... Wenn auch noch jemand bot kommen würde, könnten wir hier ein Teamfight machen. Ja. Sollen wir gemeinsam noch zurück pushen? Ja, das Problem ist, Trindermeer push gerade mit den Tower. Ich geöre. Ich gehöre... Und so Rad ist auch ab. Äh, ich hab Dis... Ne, doch nicht. Sag grad so aus, als hätte ich Disconnect, sorry. Schübi-dubi-dub-dub-dub-dub. Ich reite auf meinen Keiler dahin. Ähm, was machen die denn zumal? Mordekaiser! Ja, alle hinter uns. Gut, dann Teamfight. Wir haben den CC. Ist ja ganz arg nett, wenn mich irgendjemand hier rausholen könnte. Ja, äh, ja. Das bist du. Haben wir denn den Wong Fokus gemacht? Ja. Wir haben Mordekaiser und Trinamer getötet. Ich bin der einzige, der noch lebt, oder was? Ja, richtig. Ich hab Trinamer gefokust. Ich hab auch Trinamer gefokust. Wir hätten Ash fokussen sollen. Ja, Ash und Mordekaiser, weil Mordekaiser hat einfach unglaublich viele CS im Gegensatz zu allen anderen. Ja. Das zählt wie, weiß nicht wie viele Kill zählt in dem Fall. Einiges. Okay. Ja, wir haben ein Kill mehr. Eigentlich, äh, sieht's gar nicht mehr so schlecht aus. Die haben ein paar mehr Minions. Also Ash hat 163. Mordet 234. Das ist halt der Scheiß. Äh, Drangkaiser. Ich hab's ab. Ja, machen wir hin. Ach, ich habe geultet, Jakob? Hm? Ich hab geultet, ja. Ich hab gleich geultet. Die waren am Anfang und haben die nichts gemacht. Aber die haben ein Break gemacht. Sollen wir folgen? Ja, okay. Der ist tot. Jetzt hab ich nur meine Ulti verschwindet. Äh, Alex? Was machst du? Lass mal Mitte pushen. Hat der jetzt ja Solo-Trade gemacht, ja, oder? Ja gut, du hast ja dein Ulti gleich wieder ab. Ist ja kein Problem. Ja. Ich finde, der mehr kommt wahrscheinlich gleich. So, gleich ist 90 Sekunden. Hä? Der ist doch, der ist doch grad top gewesen. Nein, für die Ulti meint der. Ich hab Ulti ab, falls ihr diven wolltet. Aber ich glaube, wollen wir nicht, oder? Nein. Gut, okay. Äh, wollen wir einen Barenwade machen? Nein. Wir müssen jetzt erstmal, hier müssen erstmal die Carries gerettet werden. Leute, warum stehen wir so weit vorne und vor uns ist keiner? Willst du euch nicht folgen? Ja, wir waren geslowed von Trinamere. Dann ist es irgendwie doof, wenn der AP-Carry und der AD-Carry, äh, vor den Tags steht. Ja, okay. Der Kyler beschützt sich jetzt. Die zwei hässlich sind die Beschützung. Weil ihr habt den CC, also. Äh, irgendwas müssen wir machen. Ja, dann pushen wir jetzt bitte. Ich höre mir kurz die, die Wölfe und dann. Da war Ash. Hier. Da ist den Weg. Okay, ich hab Ulti ab. Ich hab auch Ulti ab. Aber ich würd sie erst so ein bisschen herkommen lassen. Nicht, äh, in der Nähe vom Wasser. Ja, das Problem ist, die pushen jetzt wahrscheinlich gleich. Naja, Jarvan ist nicht bei denen dabei. Jarvan ist nicht da. Das heißt, wir müssen jetzt initiaten. Ähm. Kriegen wir eine Initiation auf Trinamere hin? Ja. Ja. Dann auf Mordekaiser. Weg. Trinamere. Ja. Nein. Ulti. Ulti dich. Ne, ich hab schon, äh, ich hab schon Vega geulti. Trinamere überlebt. Der hat seine Ulti, Ash nicht. So ein Scheiß-Dreck. Was hast du so gemeint, Christian? Trinamere hat seine Ulti und überlebt dadurch ein Teamfight. Ash nicht. Und Ash war gerade ziemlich fuller. Den machen jetzt zu dritt Barren gerade. Schaffen die ihn? Ja. Ja, schaffen sie, ne? Ja, die müssen jetzt, äh, möglichst schnell kriegen. Ja, vielleicht kriegen wir sie ja noch. Alex, kommst du mit? Ja. Ich hol mir noch die Minions top. Leute, wir wollen hier ein Teamfight machen. Und nicht? Ja. Ja. Die sind schon weg. Die sind schon. Ne, die sind weg. Das wäre schön, wenn wir gehen. Vorraten. Ähm, Dominier. Zurück, 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 zurück. Zurück, zurück, zurück. Gut, ich würde sagen, wir initiierten wieder auf... Wow. Äh, ich bin leider bis in Autos... Wir initiierten auf Mordekaiser. Mordekaiser. Ach, scheiße, sorry, jetzt hab ich schon wieder die Kill geholt. Vorsicht, Abschnitt, Frau Mordekaiser halten. Der hat im Moment... Ähm. Was, ähm? Jetzt ist irgendwie... Wir werden ausharren. Jetzt geh vor. Ja. Ja, die Zinil kriegen sie eh. Ich frage, ob sie weiter pushen. Ne, machen sie nicht. Oje, oje, oje. Da ist die blöde Asche. Ich hab das. Geh irgendwo anders fahren. Ich glaub, wir müssen uns langsam echt das Mofa-Orakel berücksichtigen. Spart uns Zeit. Ich kann... Geh irgendwo anders fahren, bitte. Holt sich Mundo den... Den Red? Könnte... Könnte Mundo den Red für mich holen. Ja, das könnte Mundo tun. Alex? Ich hätt gern den Red. Ja. Ja, den Red. Äh, der an Ash ist... Bei der in dem Jungle? Out-Positioned sollen wir da... Nee, kommt nicht mit, okay. Ich komm. Die ist wahrscheinlich bei der ein Red-Buff, oder? Ne, wahrscheinlich. Okay, äh, ich hau den Ulti. Ich hau meinen Ulti rein. Nein, ist sie nicht. Scheiße. Ja, dann pushen wir jetzt mitte. Oh, da ist Morde, Kaiser. Kannst du... Kannst du... Kannst du deine Ulti? Ich hab ein Ulti ab, ja, aber nur für Morde? Achtung. Ja, das ist jetzt doof, weil ich bin tot. Nein, wirst du nicht, wenn du läufst. Ja, aber da kommt schon da mehr von mir entgegen. Ja, da kommt euch schon da mehr entgegen. Was zur Hölle? Abstand halt. Raus! Was war das? Ich war instant tot. Ja, ich hab mich gewundert, warum Matze sich umgedreht hat. Weil ich Morde-Kaiser-Ulti auf mir hatte? Ja, genau. Deswegen, warum bist du dann nochmal, als ich Tryndamere gestunt hatte, auf ihn draufgegangen? Ich bin nicht nochmal auf Tryndamere drauf. Ich bin vor Tryndamere weggerannt. Ist ja eh wurscht, wir haben eh verloren. Wir nehmen einfach nochmal was auf. Neue Runde. Neue Runde, neues Glück. Die war echt nicht schlecht. Wer bleibt. Wer bleibt. Also, äh, äh, Sejuani als Support. Naja, die hat halt nur ihre Ulti, was sie wirklich machen kann. Sejuani generell finde ich eher langweilig. Oh!